Hier präsentieren wir die 5 besten Teppichreiniger Test. Lass uns anfangen. Liste zu starten Nummer 5. Klean Maxx 06805 Teppichreiniger Professional. Und schließlich beachten Sie dieses Modell von Klean Maxx. Es hat einen Elektromotor mit 700 W. Man kann mit Hilfe dieses Geräts kleine Flecke auf Teppich oder auf Teppichbodenbelag entfernen. Dieses Modell ist leicht, nur 6 kg. Sie können Ihre Wohnung mühelos und qualitativ reinigen. Lenken Sie Aufmerksamkeit auf rotierende Tabobürste. Sie hat 2 Reihen von Borsten, dass Sie Haare oder Tierhaare mehr effektiv reinigen können. Man kann aber diese Bürste während der Reinigung nicht abschalten. Darum soll man glatte Bodenbeläge, wie Laminat, Linoleum, Parkett und so weiter nicht reinigen. Außer dem Übrigen gibt es seitlich 2 zusätzliche Bürsten auf der Hauptbürste, die den Schmutz neben den Wänden oder dem Möbelstaub saugen zu helfen. Nummer 4. Syntrox Germany Chefcleaner WS 2000 W Das nächste Modell ist von Syntrox Germany Unternehmen. Dieses Modell hat eine Besonderheit einen Schmutzwasserbehälter mit 20 Liter Kapazität. Man darf mit Gewissheit behaupten, dass man dieses Gerät als ein Industriegerät verwenden kann. Wir verstehen, dass es so viele Teppiche oder so viele Anschmutzungen in unseren Häusern nicht gibt. Dieses Modell kann man in nicht großen Hostels, Wohnheimen oder Unternehmen verwenden. Aber wenn Sie genug großes Haus haben und das schnell ohne den Wechsel von Wasser reinigen wollen, dann können Sie für diese Ziele kaufen. Zum Beispiel, Sie haben viel Wasser ausgegossen. Und man soll schnell es aufsaugen. Kein Problem. Dieser Apparat saugt das Wasser in kurzer Zeit auf. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unsere Liste Nummer 3. Kircher Waschsäuger C4001 Das Modell C4001 von Kircher ist in einer Zylinderform gemacht und in gelb gefärbt. Dank dieser Konstruktion haben ein Frischwasser und ein Schmutzwasserbehalter 4 Liter Kapazität. Das ist genug große Räume zu waschen und zu reinigen. In diesem Teppichbodenreiniger ist ein Elektromotor mit 1400 W aufgestellt, der große Saugleistung hat. Dank dieser Saugleistung trocknet die Oberfläche nach der Nassreinigung bis zu 50% schneller. Es gibt auch drei Betriebe der Reinigung, Trockenreinigung, Nassreinigung und Flüssigkeitssammlung. Auf solche Weise können Sie jede Verschmutzung tatsächlich entfernen, benutzen notwendigen Betrieb. Es ist aber unbequem, diesen Apparat auseinanderzunehmen. Nummer 2. Bessel F908 Poverwass Lift auf Teppichreiniger. Das amerikanische Bessel Unternehmen hat einen vertikalen Teppichreiniger entwickelt. Dieses Modell ist mit zwei Poverwürsten mit fünf Reihen von Borsten ausgestattet. Rotierend mit hoher Geschwindigkeit, geben Sie keine Chance starken Verschmutzungen und tiefsitzenden Flecken. Leistungsstarker Motor sorgt ganzen Schmutz mit dem Wasser auf, lassend ein wenig nasse Oberflächen nach der Reinigung. Die Breite der Hauptdiese ist 30 cm. Das ist genug, große Oberfläche schnell und effizient zu reinigen. Es gibt sonst zusätzliche Bürsten seitlich, die einen Teppich neben der Wand und Möbel reinigen können. Wir möchten einschalten, dass man außer der Teppichreinigung dieses Gerät für Treppen- und Polstermöbel benutzen kann. Dafür soll man einen Hauptteil abkuppeln und einen gebauten Schlauch anwenden. Und die Nummer 1 unserer Liste. Thomas Bedan Family Acker Plus Staub und Waschsäuger Thomas Bedan Family Acker Plus Waschsäuger ist ein der besten Waschsäuger für Teppiche. Sie haben drei Betriebe zur Verfügung, deshalb können Sie nicht nur Teppiche waschen, sondern auch eine Trockenreinigung machen. Mit diesem Gerät kann man sogar verschüttete Flüssigkeit aus glatten Boden belegen oder aus Teppich aufsaugen. Dafür soll man nur einen Acker Plus Filter aufstellen. Und dazu kann man einen Papierbeutel für schnelle Reinigung ohne nachfolgendes Waschen von Acker Plus Filter benutzen. Wenn Sie Ihr Haus oder Ihre Wohnung gründlich reinigen wollen, dann können Sie sich mit diesem Filter um das Volumen des Schmutzes nicht beunruhigen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Danke fürs Zuschauen. Abonnieren unseren YouTube-Kanal.